Hey, wieso kann ich auf einem Schwert keine Effizienz packen? Was bist du mit Effizienz auf einem Schwert? Ja, damit es nicht kaputt geht. Genau. Na, ich muss mich nicht kaufen. Ich habe jetzt auch eine gute Rüstung hier. Kommt ihr zum Monster, ihr habt gar nichts drauf. Kommt ihr zum Monster, schlägt mich in, er blutig, liege ich auf dem Boden und heul. Oh, scheiße, Alter. Das wär's. Das wär schön. Oh, Kuiper. Du kannst dir doch nur Ex-Personal-Schutz und schusssicher machen. Soll ich mir das jetzt auf eine Rüstung machen, oder was? Sobald du genügend Erfahrungspunkte hast. Wie viel hast du schon, also welches Level? Na, ich war mal auf 24 oder so. Jetzt bist du? Level 3. Wieso jetzt auf einmal auf Level 3? Na, weil ich meine Sachen aufgepimpt hab. Ah. Na dann, mach ich mir auch gleich mal was drauf. Was haben wir denn noch? Wir haben noch... Wir haben noch... Tornzug. Da schnau ich mal ein bisschen Glas. Da mach ich mir Explosionsschutz und Schusssicher, wenn's geht. Nehmen wir halt auf das Ding. Ich schneide den Sand weg, Bäscht. Äh, wo ist denn das Scheiß-Ding? Ah. Hier. Oh, neun Erfahrungskosten. Alter. Ich komm mal wieder ins Haus. Scheiß Creepers. Ich hab keine sechs Erfahrungspunkte. Was geht? Ich würd ja gern drei. Hab ich jetzt... Scheiße. Ich geh mich mal ganz kurz duellieren. Fechten mal. Ich brauch nur mal ganz kurz ein paar EP. Kommt mal her. Die ganzen Fiescher. Ich will jetzt mal ganz kurz kämpfen. Ah, Zombie. Wow. Oh, ist ja nicht die Tür offen. Jetzt werden wir noch gebrauchen. Ich hab die Tür mit Absicht offen gelassen, wenn ich jetzt wieder kam. Juhu. Jetzt mach ich mir auf, meine Ohren. Schaut, keine Lust alleine in die Höhle zu gehen. Ich mach mit auf mein Höschen noch Schuss, Sischer. Was? Was? Das hat nicht geklappt, na? Ich geh mir jetzt Erfahrungspunkte. Wie ist es mir jetzt auch egal? Mach ich später. Ich will jetzt nur rumcheapen. Ja, wieso verzauberst du auch so'n Metallrotz? Mir reicht erst mal der Explosionsschutz vor den Creepern. Wenn ich wenigstens ein bisschen was hab. Ich kann jetzt auch ein bisschen was reintun. Hörbiskerne, Pflastersteine, Pfeile, Lappislazuli. Und das bringt jetzt was. Komm, lass uns mal in die Megaschlucht gehen. Aber Neger mal bitte nicht so sagen, dass irgendjemand Ich denke, wir wollen hier Neger beleidigen. Was ist mit Neger? Sag mal, irgendwas mit Negerschlucht oder so. Das klingt so herabsetzend, als würdest du jemanden... Ich habe gesagt, in die Riesenschlucht. Du hast doch gerade gesagt, in die Negerschlucht. Bist du behindert? Ah, scheiße. Warte mal. Drei Burgenschützen und eine Spider. Oh Mann. Gut. Ich habe jetzt für mich zwei Schaufeln aus Diamant, zwei Schwerter aus Diamant und zwei Pickaxe aus Diamant. Jetzt können wir in die Schlucht. Warte, bevor wir aufbrechen, mach schon noch einen kleinen Cut und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Porno. Ja, bis zum nächsten Porno. Danke. Jetzt bist du nie wieder, du Opfer. Yo, ihr Leute. Willkommen zurück bei Minecraft. Die nächste Folge. Schubidubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdub. Wir werden... Oh, das ist immer noch irgendwo eine Spinne. Wir werden jetzt noch ein bisschen in der Höhle rumgammeln. Spöne! Oh, es geht. Und vielleicht finden wir noch mehr Roastoppe. Und dann vergrößern wir unser Haus. Dann bauen wir sozusagen ein kleines Dorf. Alter. Ich habe Gott, ich habe das aufs Maul gekriegt. Und dann schaffen wir alles. Au, au, au. Spöne! Okay. Auf geht's. Oh! Ja. Guck, wir haben einen kleinen Freund da unten. Wo? Ja, wo? Ah, jetzt. Ein ganz hübscher. Ach du Scheiße. Na, wie geht's dir, Homie? Oh, Creeper. Creeper. Yeah. Yeah. Au, au, au. Komm. Also, das hat wehgetan. Hoff in die Höhle. Kommst du? Fühlen schon alleine gehen. Warte, ich muss mich noch... Ich muss mich noch aus dem Wasser rausassern. Okay, so. Äh. Was soll denn der Scheiß? Wo ist denn eigentlich schon? Ach, hier. Ja. Wir müssen das hier irgendwann mal alles noch zubauen, was der Creeper kaputt gemacht hat. Ach, schweiß. Ui, jodidudududu! Wir müssen die Höhle mal ordentlich ausbauen, Alter. Ja, hier ist ja auch so ein Creeper losgegangen. Hm, hat man ja gemerkt. So laut wie das gekracht hat. Ja, guck mal, mal eine ordentliche kleine Treppe bauen. Mal wissen, von wo wir kommen. Shit. Was? Hast du dich gerade so perfekt hingestellt, dass alle meine beiden Steine aufgelöst wurden. Cool. Ne, ich wollte erst mal kurz die Erde wegmachen. Ich hab uns ja jetzt mal einen ordentlichen Gang gebaut. Alter. Ich mach ja mal kurz so einen Eingang, damit wir wissen, wo es reinging. So, hier geht dann unsere Hülle noch tiefer. Scheiße. Ah, speziell eine Fackel. Hast du Fackeln mit? Oh oh. Was? Ich hab leider keine. Ah. Ne, lass die Kohle mal da, das hab ich extra so gelassen. Weil, dann fällt mir da auch runter. Let's go, Cripple. Voll im Dunkeln durch. Ach so, und da geht's dann ne Schlucht. Pass auf. Ja. Oh 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 oh. Hilf er, hilf er, hilf er. Oh. Oh, alter. Das war ne Spinner, Junge. Das ist ein süßes Akro. Ja, genau ne Spinner, die mich von hinten vergewaltigen wollte. Ich kann nicht dafür, dass ich so ein kleines süßes Mädchen bin. Scheiße, wir müssen uns hier oben mal irgendwie ne Marke setzen, dass wir wissen, dass wir von hier kommen. Oder? Irgendwie ne Fackel oder so. So, das reicht, oder? Eigentlich, ne? Da unten sind voll viel Creeper. Ja, ich bin schon unterwegs nach unten. Uch. Wow. Das war gefährlich. Was, ich, ist voll schwul, Alter. Ach, du, Creeper. Ja, von beiden Seiten, aber keiner kommt zu mir. Oh, das ist böse. Hier, gucke, ich hab hier so ein Zeichen gemacht. Wir können hier sehen, wo wir dann gekommen sind. Oh, das lacht, Alter. Scheiße, ich bin tot. Wow. Oh, yeah. Das war knapp. Das liegt aber nicht bei meinen Einstellungen. Das liegt gerade an der Verbindung. Ich mach mir ja hier so einen kleinen Weg nach unten, während du dort noch so im Böhrum kämpfst. Ja. Die Creeper haben alles zerstört. Jetzt kannst du abbauen. Ach ja. Erstmal das Wasser wegmachen. Weiß nicht. Weiß nicht, hört man die Musik, oder? Ja, etwas. Ja, ich hab jetzt mal leiser gemacht. Für die Diamanten und so, ach du Scheiße, brauchst du doch eh nur die Geräusche. Boah, Junge, es ist so dunkel hier unten. Ich will das scheiß Wasser hochschwimmen, aber schaff's nicht, weil ich überhaupt nicht sehe. Ich mach Helligkeit heller. Ähm, ich hab das schon noch voller Helligkeit bei den Scheiß. Hab's auch, und bei mir ist es eigentlich so gut wie gar nicht hell. Hm, ich hab jetzt einen Weg gefunden, die ich auch kam. Ne, hier, ich hab schon den gebaut. Achso, du wirst zum Wasser hoch. Ich geb mir kurz die Mühe, dass ich's abwürgen kann. Hä? Bitte schnell. Hier ist so kack Eisen. Okay, nur schwer. Ah, doch nicht. Du musst mal gucken, ob's bei dir unten jetzt abfließt. What the fuck? Hoch. Ja, es fließt ganz langsam. Na, lecker. Oh, komm, verpiss dich, hier ist Eisen. Ich mach hier mal ein Waypoint. Ähm. Ah, die Reihe Minimap könnte ich auch noch gebrochen. Hoppla. Schön, dass du mir das jetzt sagst, Alter. Ich hab ja schon einen Ausgang gemacht. Für uns. Ja, ich brauch noch Eisen und alles gleich ab. Für uns. Weil wir das einfach alles noch brauchen. Wir müssen dann nachher wieder ganz runter in die Minimap. Wir brauchen hier so ein Buch. Mit Buchschank halt. Das Enchantment-Book. Voll geil, dass es das gibt. Ja, das haben sie wirklich cool gemacht. Wir wollen nämlich eine Eishalle bauen und ein kleines Dorf und ein Hotel und einen Wolkenkratzer. Ja, Leute, wir haben heute, wo wir, äh, wohingefahren sind, haben wir üst viele Ideen gesammelt. In the city. Wir sind im Bus gewesen und auf einmal hat Todesschnitzel angefangen, mich mit tausenden Sachen zuzulabern, die wir bauen können. Dann hab, dann hab, wollte ich mir die Kugel geben in der Sachsenallee. Ja. Aber es hat leider nicht geklappt. Waffe war leider nicht geladen. Ich weiß, die meisten, die es, die wissen, dass er wahrscheinlich ähnere Sachsenallee ist. Also, denke ich zumindest. Das ist halt so eine riesige, äh, Halle hier, wo wir wohnen. In so einem Ghetto-Land. Ghetto. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hab nen Wasser-Eimer. Vor allem, wir sind, wir kommen aus Sachsen und haben kein bisschen den Akzent, na. Jetzt krieg ich andauernd zu hören, wenn ich zack, Alter. Ja, hey. Von wo kommst denn du, Sachsen? Echt? Manche, manche denken, ich komm irgendwie aus Turkey-Land oder so. Also, das war jetzt keine Beleidigung, na. Sondern manche, für manche klinge ich einfach so, wie, also überhaupt kein Sachse, wie irgendein... Ach, ich weiß gar nicht, was hat der Typ letztens gesagt? Einen Penner. Äh, das ist nun auch für deine... Boah, von wo kommt denn nochmal das Wasser? Süßer Job hier. Job für ein Profi. Für ne Slut. Ein Blowjob. Dein Leben ist ne Slut, oh Gott, Alter. Überall Kursen. Ich spürg hier grad überall das Wasser ab, weil das einfach nur so nervig ist. Und hier ist Gold. Gold.